Die Computeranalyse über unsere biologische Beschaffenheit ist beendet. Wer fügt die schwachen Stand im System? Wir werden durch ein Kraftfeld geschützt und unsere Energien werden unsichtbare mentale Fühler ausstrecken. Die Forschung und Gehersuchung und ungehindert in das komplizierte Netz von Computerleitungen drehen. Wenn wir jetzt alle einen kühlen Kopf bewahren, ist der Krieg in diesem unserem Lande leicht vermeidbar. Wer fügt die schwachen Stand im System? Seltsam, keine Reaktion auf mein Signal, obwohl doch jemand einen Monitordienst hat. Menschlichkeit stört nicht die Funktion des Computers. Hey, bitte! Wer fügt die schwachen Stand im System? Hey, bitte! Hey, bitte! Hey, bitte! Hey, bitte! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Wer sucht, der findet Wir finden die schwachen Stellen im System Wir finden die schwachen Stellen im System Wir finden die schwachen Stellen im System Wir finden die schwachen Stellen Wir finden die schwachen Stellen im System